Hallo! Na ihr? Hallo! Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo! Ich habe Schwarztee mitgebracht und mein Blank hier. Ah, mit oder ohne Milchzucker. Ach, einfach nur Schwarztee. Ohne Milch, ohne Zucker. Schwarztee ist großartig. Ist wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so schmeckt, aber Schwarztee ist wirklich lecker. Ja, ich habe das noch nie probiert mit Milch. Also Zucker brauche ich nicht. Mach mal Milch, das ist voll gut. Mit Milch schmeckt übelst gut. Das schmeckt mit Milch gut. Jetzt bin ich ein bisschen tempted, das zu probieren. Scheiße! Ich habe hier meinen Schwarztee. Ich könnte einfach ein bisschen Milch reinmachen. Das musst du unbedingt ausprobieren. Soll ich Milch holen? Ihr schreibt alle, dass das so lecker sein soll. Ich habe das noch nie probiert. Soll ich das... Also noch ist er sehr heiß. Also vielleicht funktioniert das, wenn ich ein bisschen Milch reinkippe. Soll ich es machen? Hab das auch noch nie probiert. Wenn ihr möchtet, kann ich euer Test zu pickt sein. Da muss ich nur halt kurz rüber gehen und Milch holen. Briten trinken es ja auch mit Milch. Ja, aber ich bin ja nicht... Ich kann Schwarztee mit Milch empfehlen. Frickin' Hell! Jetzt will ich das holen! Goddamn! Okay, Leute. Ich gehe mal ganz, ganz schnell Milch holen. Ich will es nur ein bisschen reinkippen, okay? Ich habe Angst, dass da wird dann kalt, weil ich habe nur gekühlte Milch. Moment! Ich hole kurz Milch. Brrrr! Sie geht Milch holen. Wir werden sie nie wiedersehen. Nein! Ich bin wieder da! Hallo! Nein! Ich bin wieder da, Leute. Ich war nicht nur kurz Milch holen und ich bin nicht wiedergekommen. Ich bin wiedergekommen. Hallo! Sometimes fühle ich, dass sie noch da ist. Aber sie ist weg. Sie war Milch holen. Okay, jetzt probiere ich das aus. Ich habe hier haltbare Milch. 3,5 Prozent Fett. Mann! Ich probiere das jetzt. Ich kippe jetzt ein ganz bisschen Milch hier rein. Fuck, ich hätte mir einen Löffel zum Umrühren oder so mitnehmen sollen. Okay, ganz bisschen nur, okay? Wehe, das schmeckt nicht gut, ne? Ich habe ein bisschen Milch reingegossen. Oh! Das sieht immer so geil aus. Scheiße, wie rühre ich das um? Wie rühre ich denn den Shit um? Mit der Zunge. Alter, ich verbrenne mich. Seid ihr des Wahnsinns? Mit den Hörnern? Nein! Bah! Mit einem Löffel. Ich habe keinen Löffel hier! Du! Du Zwiebel! Ich habe keinen Löffel hier! Okay, es sieht einfach wirklich eigentlich aus jetzt wie Kaffee. Zwiebel! Ja, ich habe es jetzt mit dem Finger gemacht. Wie ein Affe. So, ich probiere es jetzt, okay? Wehe, das schmeckt nicht, ne? Dann habe ich meinen ganzen Schwarztee verhauen. Nur wegen euch. Okay, ich probiere es jetzt. Ich bin richtig irritiert von dem Geschmack. Es schmeckt ganz anders. Also, ich mag an Schwarztee, das ist so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen nach Zitrusfrucht schmeckt, I guess, oder sowas. Aber, ähm, das, aber es ist auch bitter. Es ist halt Schwarztee. Es ist so kinder bitter. Aber die Milch nimmt diese ganze, wie nennt man das, den ganzen bitteren Geschmack weg. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich die Milch schmecken. Ich schmecke einfach nur Tee. Mit weniger bitter und mit ein kleines bisschen weniger von diesem Zitrusgeschmack. Das ist irgendwie voll geil. Ich glaube, ich trinke das immer mit Milch jetzt. What? Das ist ja voll gut.